also das ist die tasche hier vorne können wir was aufhängen ist nur für die optik und dann können wir hier aufmachen dann haben wir hier eine tasche relativ groß und hier ist auch noch viel platz da drin kriege ich meine ganze hand rein eine kleine seitentasche komme ich gerade so das ist fach eins dann haben wir hier fach zwei da sind sogar zwei fächer drin einmal hier für einen schlüssel oder zum beispiel für die einkaufswaren chips oder schlüssel von der arbeit oder was auch immer passt auch wieder viel rein und hier können wir sogar noch per reißverschluss schließen sonst nichts drin und dann haben wir natürlich noch das mittelfach schon einiges an platz auch zu machen ja ich denke dann haben wir schon alles gesehen was es gibt aber finde ich toll gefällt mir schöne tasche und regendicht ist ja auch super ciao